Mr. Nachrichtzeit ist Gift. Und damit Sie einen besseren Einblick haben auf diese Sache, zeige ich Ihnen ein paar Bilder. Meine Setzlinge! Meine Setzlinge! Oh mein Gott, meine Setzlinge! Sehen Sie, was ich meine? Ich bin der Baum. Die Lava streamt auch gerade. Ich würde sagen, ein kleiner Blick in den Stream sollte uns auch reichen. Ich würde mich auch erstmal noch zurückhalten damit. Wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für Eure Aufmerksamkeit. Genießt noch den Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig noch das Video. Ansonsten gab es euch wohl euer Mr. Nachrichtzeit. 1 2 3 5 5 5 5 5 4 5